Was im PKW-Bereich schon viele Jahre existiert, hält nun auch im Traktorenbau Einzug. Die Rede ist von alternativen Antriebstechniken. Auf der Frühjahrspresseveranstaltung in Garmisch-Partenkirchen präsentierte Steyr gleich zwei neue Traktorserien und einen Prototypen. Bei letzterem handelt es sich um einen Vertreter der CVT-Baureihe, der zusammen mit der Firma Loupower auf Gasbetrieb umgerüstet wurde. Damit beweisen die Hersteller auch in Zeiten der Krise ihre Innovationskraft. Wir haben Vertreter beider Firmen zu ihrem gemeinsamen Kind befragt. Das Konzept ist ein Biogastraktor, der im sogenannten bivalenten Betrieb fährt. Wir ersparen uns bei dem Traktor bis zu 40% Dieselkraftstoff. Dieses Verfahren wurde auf dem CVT-Traktor entwickelt. Eine Ausweitung auf andere Traktoren ist natürlich möglich, das ist kein Problem. Es braucht aber Adaptierung auf die entsprechende Bauweise. Wir rechnen im ersten Schritt, dass wir pro Jahr etwa zehn Fahrzeuge in Österreich umrüsten können, aber mit steigender Tendenz. Die Zielgruppe, die für diesen Traktor in Frage kommt, sind zwei verschiedene Zielgruppen. Das eine ist der kommunale Bereich, wo ja auch auf Umwelt und Umweltschonung sehr großen Wert gelegt wird. Und das zweite sind Landwirte, die im ersten Schritt jetzt einmal im nahe Verhältnis sind zu Biogasanlagen. Die Kosten, die durch den Umbau auf den Landwirt zukommen, wird etwa bei 24.000 Euro sein und abzüglich entsprechender Förderung, sodass wir dann beim Landwirt bei etwa 17.000 Euro landen könnten. Wir denken, in einem günstigen Umfeld, sprich bei einer günstigen Spreizung zwischen Diesel- und Erdgaspreis und zum Zweiten bei einer doch günstigen Förderlandschaft, dass eine Amortisation in etwa 4.000 Betriebsstunden erreicht werden soll. Wir erwarten, dass die Tests, die wir noch vor uns haben, bald abgeschlossen werden können und denken, dass ab, sage ich einmal, drittes Quartal eine Serienverfügbarkeit da sein wird. Herbert Spreizer von der Firma Loupower erklärt uns die technischen Details der Umrüstung. Ja, die Komponenten im Wesentlichen ist eben das Tanksystem. Das Tanksystem, das sich bei diesem Traktor am Dach befindet, das dazugehörige Tragsystem, dann die ganzen Leitungen, die Ventile, die Sensoren, natürlich das doch hochtechnische Steuergerät und eben das Einblasventil. Das sind die wesentlichen Komponenten der Nachrüstung. Vivalent deshalb, weil Diesel weiterhin Zündmittel bleibt und das Erd- bzw. Biogas wird je nach Leistungsvolumen dem Diesel zugemischt. Das heißt, Diesel wird im mittleren Drehzahlbereich sehr stark weggenommen und im oberen Bereich, wo ich natürlich wieder eine Temperaturentwicklung habe, wird Diesel wieder vermehrt eingespritzt, damit ich durch den Diesel eine bessere Schmierung oder eine höhere Kühlung bekomme. Der alleinige Betrieb mit Diesel ist auch möglich. Hat den Vorteil, dass ich natürlich nicht so auf das Leerfahren des Treibstoffes achten muss. Wie gesagt, ich kann, wenn auch das Gas leer ist, mit Diesel im Prinzip weiterfahren. Also das Biogas muss die Qualität des Erdgasses erreichen und muss mindestens 97% Methan beinhalten. Wie bereits gesagt, befinden sich eben die Erdgas-Tanks am Dach des Fahrzeugs. Die sind im Moment jetzt 5,80 Liter Flaschen mit einem Füllvolumen von 400 Liter Wasservolumen. Das Tankventil oder eins der Tankventil befindet sich hier unter der Eingangstür. Für eine bessere Flexibilität der Bedankung haben wir zwei Tankventile montiert. Hier sehen Sie, wie gesagt, ein Herzstück oder eins der Herzstücke des Nachrüstkits. Das ist eben das zentrale, das zentrale Einblasventil. Das ist hier situiert. Im Fahrerhaus gibt es lediglich einen Kippschalter, der umgelegt wird, wenn eben eine Beimischung von Erdgas erfolgen soll. Ansonsten bleibt alles beim bekannten CVT-Traktor. Wie viele Landwirte wirklich in die Umrüstung investieren werden, damit sie an ihrer eigenen Biogasanlage tanken können, bleibt abzuwarten. Fest steht aber, dass die Hersteller in Zeiten des Klimawandels und steigender Energiepreise mit dieser Technologie den richtigen Weg aufzeigen. Aus Garmisch-Partenkirchen, Christian Leitner für Landwirt.com aus Garmisch-Partenkirchen